Er ist eine 10 von 10, aber er weiß, dass er es ist. 5 von 10. Das ist disgusting. Das ist cocky. Er ist eine 3 von 10, kennt aber den Unterschied zwischen das und das und seit und seit. Straight up 9 von 10. Deutschkenntnisse. Okay, halt dich fest. Er ist eine 8 von 10, aber mag keine Kinder. Uh, flat out zero. No future. Er ist eine 2 von 10, aber handwerklich begabt. Okay, level up 6 von 10. Bau mir jetzt einen Tisch. Das ist jetzt nichts für schwache Nerven. Er ist eine 10 von 10, aber lässt beim Duschen nur das herunterlaufende Wasser sein Bedinger und Crack säubern. Flat out minus 10. Minus 100. You're gonna cry? That's nasty. That's nasty. That's a personal favorite of mine. Er ist eine 5 von 10, aber er guckt Anime. Straight up 8 von 10. 8 von 10. Love that. Und letzter. Er ist eine 8 von 10, aber ein Picky Eater. Für mich persönlich like a 6 out of 10. Ja, nur 6, wenn sie ist ein Picky Eater. Für mich straight up 2 von 10. Und ich werde mich auf der Übung runtergehen. Und ich werde mich auf der Übung unteren. 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 Und ich werde mich auf der Übung unteren.